Guten Morgen Deutschland, wir wünschen Ihnen ein frohes neues Jahr. Für alle, die schnell, wirkungsvoll und punktgenau ihre Zielgruppe erreichen wollen, wird es jetzt galaktisch. Im Jahr 2023 dockt RegioCast mit reichweitenstarken UKW-Sendern und weiteren digitalen Audioangeboten an die ARD Media Audiosphäre an. Das Vermarktungsportfolio wird durch neue Senderkonstellationen noch vielfältiger. Bestehende Angebote werden größer und erreichen noch mehr Menschen. Der Qualitätsführer der Audiovermarktung wird damit auch zum Reichweitenführer. Die ARD Media Deutschland Kombi wird 2023 mit täglich 145 Millionen Bruttokontakten zur reichweitenstärksten Basiskombi im deutschen Radiomarkt. Unterstützt durch den Qualitätseffekt erzielen Radiokampagnen so eine maximale Werbewirkung bei kaufkräftigen Hörerinnen und Hörern. Entdecken Sie jetzt die ARD Media Audiosphäre 2023. Untertitelung des ZDF für funk, 2017